So, Abbasigalslagerstätte. Yay. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier ein Typ ist, der etwas ungewöhnlich ist. Deswegen buffe ich mich gleich mal ein bisschen. Wer wagt es, Drakones zu stören? Noch mehr lästige Boten aus dem Kloster? Ich dachte, Balthasar hätte seine Lektion gelernt, nachdem die letzten nicht mehr zurückgekehrt sind. Ja. Nein, nein. Ich habe mich wohl geirrt. Ihr seid keine Brüder des Tätowierten. Ich kann Balthas Essenz riechen. Ja, tretet zur Seite, Drakones. Die Sache ist nur etwas zwischen Abbasigal und mir. Mein Vater hat mich vor euch gewarnt, Thadys. Er hat mich vor der Bahnboot gewarnt, die ihm sein Schicksal und mein Geburtsrecht streitig machen würde. Euer Vater, ihr seid Abbasigals und euer einziges Schicksal ist durch mein Schwer zu sterben. Geburtsrecht, wovon sprecht ihr? Also, ob ein lächerlicher Angehöriger eurer Rasse überhaupt würdig wäre, dass das Blut eines Gottes durch seine Art fließt. Meine Rasse ist die einzige, der Balthas Essenz rechtmäßig zusteht. Eure Rasse, wovon rede ich hier da? Ja, er beschwert uns, ich fahre Pirscher. Und genau das ist passiert, was ich nicht wollte. Oh ja, jetzt macht er wieder Zeitstopp. Furcht nützt nix. Oh, ich hab vergessen. Ach komm, Minz, hör auf. Okay, du heizt dich mal richtig. Kedon, trinken. Okay, dann Eifrit. Und sie fahre Pirscher. Jetzt eher. Das sollte nicht sein. Ihr denkt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Diese Arroganz ist noch ein Beweis in die Unterliegenheit eurer Rasse. Wer ist Zeuge der Zukunft, Thadisa? Oh, hi. Oh, hi. Okay. Ich sehe es schon. Was zur Hölle? Schlaf und Ermüdung und sowieso. Quick Save. Okay, Draconis ist ein Arsch. Haben wir es mal gelernt. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich hilfe wo immer ich kann. So, diesmal sind alle gefurcht geschützt. Und ich schlage zu. Malas Potentis. Malas Potentis. Malas Potentis. Malas Potentis. So, ich hoffe das reicht mal. Da werden wir mal ein bisschen mehr Zauber auf ihn loslassen. Ich habe mich wohl geirrt. Ihr seid keine Brüder des Tätowierten. Ich kann mal's essens riechen. Ihr könnt es nicht aufhalten. Das Schuss des Lodes wird wieder stehen. Ich werde nicht wie erwasiger als Augen, als wirklich erweißen. Dann holen wir mal unsere eigenen unsichtbaren Pirsche. Ja, ja, Betäubung. Waffen unwirksam. Er kann auf uns einknüppeln, wie er will. Das ist gut. Trinkt Buckyっman? Was? Ähm, Bären. Das ist noch ein Beweis für die Unterlegenheit eurer Rasse. Okay, erstmal Rückzug. Ja, hier, große Heilung auf Catern. Okay, der ist echt nervig. Ja, ja. Ja, ja, Dracollis macht Zeitstopps. Wobei Tagessieg besehen, erscheint das Böse, oft täuschend, belanglos. Los, Potentis. Auf die Knie! Wieg da, Fortis! Meine Klinge! Die, den Zauber hasse ich. Ja, ihr denkt, ich kann so leicht versiegt werden? Diese Arroganz ist noch ein Beweis für die Unterlegenheit eurer Rasse. Stärkt, Reindringlinge! Dom, die, dom, die, dom. Rück zurück. Ich bin bereit. Super Heilung. Darf ich mich mal fragen, womit er mich angreift, dass ich einfach so Leute verliere? Pustet er die nur an und sie sind tot? Hm, keine Größe, Herr Hausmann. Ihr wagt es, nein! Ich habe mich wohl geirrt. Wer erkannt ist, nicht aufhalten. Hürst des Mordes wird wiedererstehen. Das Wölk ist der Pflichtgang der Rufung. Wie ich ihr wünscht. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Nicht! Ihr denkt, ich kann so leicht versiegt werden? Diese Arroganz ist noch ein Beweis für die Unterlegenheit eurer Rasse. Bären. Kirscher. Ach, ich habe ein Schild. Okay, wo ist der Rest? Da oben. Ja, ja, Minsk. Äh... Vita, Mortis, Arion. Natürlich. Oh, Mist! Für einen, was anständig ist! Ich kämpfe! Ich höre schneller als Chickticker Schnellpratze. Das sollte nicht sein! Komm, stirb endlich! Ach, Gott sei Dank. Nächstes Mal! Das sollte nicht sein! Nächstes Mal! Wenn es das ist, was ihr wollt. Armbänder und sein Kopf. Okay. Was soll ich mit dem Drachenkopf? Dracol ist Kopf. Die Magie noch immer in dieser grausigen Trophäe besendet. Es ermöglicht es euch, Abbasika als unterirdisches Reich zu betreten. Aha. Wie nett. Zuzahns Armreifen. Zuzahns Armreifen. Die maximalen Trefferpunkte des Trägers erhöhen sich. Rüstungsklasse-Konus. Kann nur von Mönchen verwendet werden. Also wieder Beute. Okay. Ah ja, ganz ehrlich. Ich speichere hier. Das ist jetzt LP 019. Weil das war jetzt mir ein bisschen zu heftig teilweise. Und ja, Airways Level up machen wir dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.